Hallo, wer dachte, dass wir jetzt schon durch sind mit den Operatoren, muss sich leider enttäuschen. Hier geht es dann direkt weiter. Wir schauen uns jetzt doch nochmal hier die If-Verzweigung, die If-Bedingung an und legen wir direkt los. Es ist eigentlich dasselbe wie in Java. Einen kleinen Unterschied, das zeige ich Ihnen später. Hier die Bedingung, also der Vergleich, da hatten wir gerade alles, daher hier nur kurz. Und es ist dasselbe wie in Java, dass Sie hier auch darauf achten sollten, wenn nach der If-Verzweigung mehrere Anweisungen folgen sollen, dann schreiben Sie das bitte in geschweiften Klammern. Ich will jetzt hier nur eine Anweisung haben und zwar will ich es mir ausprinten lassen, ob eben x ist kleiner als y. Einer entleihen und das Ergebnis schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, das Ergebnis ist wahr, daher wird das ausgeprintet. Jetzt wird kopiert, eingefügt, hier mal das Zeichen abgeändert. Jetzt muss es natürlich größer sein, größer. Ja, Sie sehen, es wird nicht ausgeprintet, da x halt kleiner ist. Und noch ein letztes vielleicht hier, gleich gleich. Das dürfte ja demzufolk auch nicht ausgeprintet werden und genau so ist es. Ja, jetzt hier noch am Ende eine kleine Besonderheit. Jetzt, aus Java kennen Sie das, dort heißt es True und False. In C und C++ ist das entweder die 1 oder die 0. Nehmen wir mal die 1 und führen wir das Ganze jetzt nochmal aus hier. Ja, und wir bekommen hier, wow, es ist auch True. Sehr schöne Sache. Das If als Vergleich sollten Sie auf jeden Fall immer beherrschen. Soviel ganz kurz hier zum If. Okay?